So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Luz. Heute mit mir, dem Crusader, ich spiele hier heute eine Runde lang auf Omaha Beach und versuche hier die Armies rauszuhalten, wobei bei den Armies des MG vom Panzer das hatten, ziemlich guten Aim. MG. Er ist ein MG, das muss ausgeschalten. Er hat sich zurückgezogen. Sehr gut. Weiteres empfehlen. Er ist ausgeschaltet. Der Panzer ist ausgestiegen. Kannst du ihn sehen? Kannst du ihn sehen? Nee, ich dachte ziemlich auf, dass der Panzer mich hier nicht verkaut. Der guckt gerade in die Front. Der guckt nicht ins. Mit der Griff? Ja. Ategen? Hast du angeschossen? Feinlich gar nicht, auf meinem Ding Ich hab's weitergeguckt Oh man, hey, mein Helm heute Wenn wir heute spawnen NG NG da liegt einer, hoffen ist Deck da läuft einer Spawn, spawn ja den hast du noch hier unten, kannst du ihn sehen? er ist tot Spawn ... ... ... Das war's für heute. Das ist ein... auf das MG hast du keinen Blick, oder? Ne, das krieg ich nicht. Nicht aus dem Winkel. Jetzt deine Füße, deine Füße! Ah, jetzt spiel. Ich muss gerade laden. Er läuft das on. Wir hoffen ja jetzt, dann dauert alles voll mega nervig. Ja. Wir smocken da wieder. Hier ist wieder ein neuer Smog. Nein, da ist ein MG, das ist eigentlich geliebt offen. Ich muss mir sagen, ich werde das nicht suchen. Habs. Spawn ist wieder frei, die nächste Relle sehe ich wieder. Ja. 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 Du hast die Leute. Das ist der Wahnsinn. Mir wird das Magazin wahrscheinlich ausgehen irgendwann. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Okay. Alleine Pings sind echt gut, man. Kann ich gut mit der Arbeit. Wie viele Magazin hast du noch? Ich guck mal kurz nach. Ich hab noch 7. Also bisschen was geht noch. Oh, den hat es jetzt aber Öl zerfetzt, Alter. Hallo, auf Romavich! Ja, Alter. Ich weiß genau wie der Amerikaner sich damals gefühlt hat, Alter. Die haben jetzt den Pack am Strand aufgebaut, Ping ist drauf. Wir haben hier oben Munition. Hat sie ihre Garni mittlerweile an der Stelle zerlegt oder steht die noch? Ich seh die gerade nicht. Ne, die steht nicht mehr, glaube ich. Ja, die ist dürfte tatsächlich extra. Gut, dann muss ich mein Winkel bisschen verlassen. Ja, neue Garni gefunden, Ping ist drauf. Sehr viel Feindinfatrie an der Opposition. Sehr, sehr viel Feindinfatrie. Oh ja. So, mag der Papa das. Hast du noch einen Ping? Ich hab sie. Ping ist drauf. Boah. Boah. Ja. Meistin! Boah. 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 Kannst du den sehen? Das ist nicht im G. Was da hinten sich festgesetzt hat. Wo denn? Mir ist das Ding setzen. ah jetzt ist er hinter dem smog er war irgendwo da glaube ich hab den hat gedötet so hier kommt gerade was rüber gerannt glaube ich habe eine neue garni gefunden sehr close sogar ich hab ihn doch mal außenposten Das ist hier gerade echt so ein schlimmes Gemetzel, das ist ja Wahnsinn Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja Ich lass die nicht mehr den Strand erreichen Ich knall die jetzt im Wasser da hinten schon weg Voll geil alter Ich mach gleich noch mal einen Artischuss drauf Ja Ich bin komplett leer Haben wir irgendwer der Munition hat oben? Ja ich hab hier oben schon organisiert Ich trau mich gerade gar nicht Ich will auf keinen Fall sterben So wo liegt das? Direkt auf meiner Position Sehr schön was für ein Service Ich hab noch nicht geguckt wieviel ich jetzt gerade umgebracht habe Aber ich kann dir sagen es sind so ein paar Ja Ja jetzt haben sie mich geschickt Boah scheiße Dracula kriegst du mich? Guck mal den Dracula her der ist 70 Meter von uns entfernt Vielleicht kann ich mich nochmal hochholen hier mit ein bisschen Smoke Also es waren jetzt 57 in einem Leben Ja Es wird noch mehr Ja Bleib am Leben Dracula Ich geh vorne in die Büsche und versteck mich erstmal Nein Ich geh vorne in die Büsche und versteck mich erstmal So ok steh wieder So ok steh wieder Ja ja ist perfekt Wir kriegen einen neuen Panzer Kannst du vielleicht die Panzerkruhe abschießen? Neuer von der Panzerkruhe läuft zum Panzer? Ach der ist schon drin Ne ne hinter diesem Panzer sind noch zwei von der Panzerkruhe die da rein wollen Ne ne hinter diesem Panzer sind noch zwei von der Panzerkruhe die da rein wollen Naja da liegen schon Leichen da sind schon Boote Was für die Infanterie töten? Ja Was haben wir überhaupt dicht mit dem Panzer? Ja da ist noch einer hinter an dem Panzer Also King Na gut ich muss gucken wo hier die Infanterie rumreint Ich sehe keine Da laufen vier Leute Da laufen vier Leute Boah den hab ich noch nen Headshot gedrückt alter diese arme Sau Ich dachte er wär schon in Deckung Ne der ging gerade noch rein der Schuss Oh ja hab ich gesehen Die erreichen nicht den Strand Nein Ach Mist Sie haben den Strand erreicht Da läuft einer zurück in den Rücken Der Feigler Warte ich muss jetzt mal laden Geladen Na jetzt mal gucken Jetzt läuft der Nehmer Oh gut Ich glaub ich hab einen neuen Rekord Die Knacken Also das sind 60 Abschlüsse in unter 20 Minuten jetzt Hier fünf Leute Oh Die Artillerie hat sie von Sie stört Das war definitiv ein Bug So wenn euch der erste Teil meiner Aufnahme gefallen hat Ich hätte nicht gedacht dass es hier zwei gibt Dann seht euch auf den zweiten an Es wird auf jeden Fall weiter gehen hier mit der Kill Orgel Boah den hat's grad fett die Krieger erwischt Mal gucken wie viele Kills ich hier noch kriege Ein Magazin habe ich schon leer Das ist schon erstaunlich Falls es euch gefallen hat Dann lasst mir doch bitte ein Like und ein Abo da Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge Ja und ich würde mal sagen Oh gar nicht Gar nicht von mir wieder Und ich würde mal sagen Ihr sollt auf jeden Fall dran bleiben Es lohnt sich Auf Pink In der nächsten Folge auch wieder einzuschalten Lasst mir ein Like oder ein Abo da Seht euch die nächste Folge an Von Hell at Loose und Cruise Mit der Sniper in der Hand Und ja in diesem Sinne mach ich euch noch ein paar hübsche Kills Und haut rein Bis zur nächsten Folge Oder bis zum nächsten Abschnitt Ich mach hier zwei Teile drauf Siehst du denn da hinten? Ja Bis zum nächsten Mal